Ich bin der Weihnachtsmann. Warum darf ich hier nicht filmen? Das ist im öffentlichen Bereich. Sie sind doch hier im öffentlichen Bereich. Was ist denn das für eine polizeiliche Maßnahme? Das sehen Sie doch hier gerade. Ne, sehe ich nicht. Was soll denn das sein? Wie bitte? Das ist eine polizeiliche Maßnahme. Kann ich so nicht feststellen. Ich bin der Weihnachtsmann abgeführt vom Kreisen. Schön Peits! Schön Peits! Uh! Uh! Schoet euch. Schön Peits! Schön Peits! Vielen Dank.